So, Sirene, hallo, gute Freude, wo ist da der Bauer Halsi? Wallis, nicht der Geste und sind wir, unser Junior muss da wachen schieben, im Militärdienst übers Wochenende, wir bringen immer ein bisschen einen Kuchen, wir bringen Kuchen und Kleid. Ja, liebe YouTube-Freunde, wir besichtigen da ein grosses Festareal, ein genössisches Schützenfest. Wann ist das Schützenfest? Ah, und unser Junior hilft da mit der Armee beim Aufbau mit, für dieses Schützenfest. Das Gelände ist Armee Flugplatz. Raró, Wallis. Wallis, Partymeile, Raró, Sonntagmorgen. Kannst du mit, für das Schützenfest? Ja, und unser Haus, bei dem Forte mit schützenfest. Ja, wir haben die Läuer, für dieses Schützenfest. AufbauernFF ist es, wenn ich mich. Jetzt sind wir in Zalgèche, Johanniter-Kellerei, von hier haben wir immer Rotwein in unserer Kellerbar. Der Grand Gris von Zalgèche. Ich denke hier ist die Annahme Traubenhaus.